Alright, let's go. Zweite Session. Nehmen wir direkt mal auf. 20 Kisten und Kies. Der Lucky Doggo liegt hier nach wie vor. Atmet ganz schnell, weil so warm ist, die arme Maus. Hoffentlich bringt es mir Glück, dass wir mit der Gamma 2 Kiste durch sind. Und dann gucken wir mal, was wir so tun und lassen. Bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, was hier rauskommt. Gamma 2 kann richtig schallern, ne? Ich sag's nur. Just saying. Weil das auch wieder die Rapidlan. Also, wie gesagt, ich hab keine Ahnung, wann YouTube diese Videos überprüft und ob das noch Wochen dauert und ich quasi schon mit der Rapidlan durch bin, bevor dieses Video kommt. I don't know. Aber Rapidlan ist immer sick, weil ich hab also seit Wochen nicht mehr gestreamt jetzt und Rapidlan wird auf jeden Fall einiges an Inventory verkauft, damit wir im Stream eine Menge Kisten aufmachen können. Und die anderen, die da sind, dann auch ein paar Kisten aufmachen können und so. Mal gucken, dass wir da ein paar Highlights rausziehen und so. Ja, auf jeden Fall ganz witzig. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das wird gut. Jetzt brauchen wir aber trotzdem erstmal Gold. Wäre natürlich nice, wenn ich das vor der Rapidlan hier beende, die Session mit der Gamma 2, damit wir da clean sind. Sodass ich dann alle Kisten mir holen kann, auch die Gamma 2, weil sonst muss ich das da irgendwie zu- und draufrechnen. Und ja, deswegen, ne. Come on, wir shaken das ein bisschen. Wir shaken uns das Gold hoch. Komm. No. Da war ein Nest. Ein UMP-Nest. No Burrs. Ein Quick. No. Okay, I'm sorry. Also bisher, in der letzten Folge hatten wir zweimal Pink. Hier haben wir, glaube ich, jetzt nicht einmal Purple gehabt. Kann das sein? Ich glaube, wir hatten jetzt in der ersten Hälfte nicht einmal Purple, right? Doch, wir hatten einmal die Scar 20. Okay. Ne Stair-Track-Diegel kriegen wir dazu. Come on, das Gold hat beleuchtet. Das wird jetzt kommen. Imagine, das kommt ja so rein. Wir werden drübergerutschen. Komm, ich will das vor der Rapid-Line beendet haben. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch ein paar Folgen aufnehmen. Dafür müssen aber erstmal ein paar Skins gekauft werden, denn ich habe noch welche im Market. Aber das kann ja auch leider noch einige hundert oder tausend Kisten dauern. Wir wissen das, ja. Auch wenn wir schon einige Kisten deep sind. Come on, in der vorletzten Case. Hatten wir schon mal. Wir hatten das jetzt auch schon mal in der letzten, oder? Ich glaube schon. Come on. Okay. Sehr repetitiv. Letzte Kiste. Lasst einen Like. Abonniert den Kanal für jeden Abo. Wie gesagt, ein Euro ans Tierheim. Als kleines Dankeschön. Plus Karma hat es aber nicht gegeben. Gibt wahrscheinlich erst Plus Karma, wenn wir die Überweisung rausgehauen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Wir müssen es schaffen. Tschüss.